Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Lokan und ihr seid wieder dabei bei einem neuen Part Portal. So, wo sind wir stehen geblieben? Im letzten Part hat uns die mysteriöse Stimme einen Kuchen versprochen. Und wie wir sehen, 19 von 19, und hier gibt es einen Kuchen. Dann werden wir mal schauen, dass es weitergeht. Ja, sollte kein Problem sein, würde ich sagen. Und das ist schon mal drinnen, dann geht es da weiter. Ja Leute, das geht jetzt ratzfatz, ich sag's euch. So, das geht richtig schnell jetzt. Machen wir patz, patz, patz. Da, die brauchen wir auch nicht, Kamera. So, ich will den Kuchen haben. Ähm, nächster Apparat zerstört. So, wir sind in Bewegung. So, jetzt geht's hier weiter. Ab und drauf. Ah, jetzt gibt's Kuchen. Jetzt gibt's Kuchen. Jetzt gibt's Kuchen. Was? Nein, nicht brennen. Das soll nicht brennen. Nein. Nein. Puh. So. Äh. Wie komm ich... Nein, ich will nicht verbrennen. Egal. Oh. Oh, geschafft. Ah, jetzt haben wir ihre Pläne durchkreuzt. Wir wollen uns töten. Wir geben es einer Party zu ihren, ihres enormen Folgen. Doch, und weg da. Und weg da. Und weg da. Ach. Nein, ich lebe mich nicht am Boden. Party, da kommt sofort, um sie zu ihrer Party zu bringen. Ja, ja, ja. Das lassen wir nicht gefallen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein, oder Sie verpassen das Feld. So, Schraubenschlüssel. Jetzt spülen wir Klempner. Geht nicht auf. Ah, da müssen wir halt den Umweg gehen. Aber unsere Schraubenschlüssel nehmen wir mit. So. Ah, na klar bin ich noch da. Komm, Schlüssel. So. Oh. Nein. So, jetzt sind wir da. So. Abgeschlossen. Okay, dann. Machen wir mal so. Oh. Und da geht's weiter. Ab. Mal nach oben, okay. Oh. Ja, mach ich wieder klar. So, da geht's auch hoch. Ja, ich will da hin. Ah. Warum komm. Ja, klar, dort komme ich wieder nicht hin. Ist klar. Oh ja. Ha. Kann ich überhaupt hier hin? Ja, das ist sicher die Folkunft. Oh, da muss ich da noch. Ich gehe da noch oben. Geht's. Das heißt, du musst da ran. Oh. Ha. Kubus, Kubus. Ha. Oh. Wo geht's da lang? Hallo? Okay. Oh. Okay. Okay. Der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rüchstabekomplex. Zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll. Und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade damit absichtlich ist. Okay, wir sind jetzt unter dem Aufzug. Oh, okay. So, wo geht es jetzt hier? Oh, okay. Wieder hoch. Oder wie? Oh, nein. Jetzt will er uns töten. Oh, okay. Und. Wo müssen wir lang? Ich check gerade nicht so viel. Hm. Wo müssen wir lang? Ich check gerade nicht so viel. Oh, nee. Puh. Ah. Ah. War doch easy. Oder? Ja, geht doch. Und los. Huhu. Okay. Los, los. Huhu. Okay, hinter den Kulissen. Oh, komm ich da jetzt nicht drüber, oder was? Jetzt ist es halt höher. Hallo. Warum kann ich denn? Geht doch. Okay, Lade-Daten. Okay, Leute. Das ist nicht so wie erhofft wie im letzten Part. Sie haben uns Kuchen versprochen. Wir haben das Plastikbesteck mitgenommen. Und es gibt einfach keinen Kuchen. Sie haben uns echt angelogen. Es gibt keinen Kuchen. Ich verstehe nicht, warum sie uns anlügen. Es gibt keinen Kuchen. Wir müssen hier jetzt um unser Leben kämpfen. Und... Ja. Ohne Kuchen geht das einfach nicht. Hm. Okay. Oh. Kolben, kolben, kolben. Nach oben. Ich kann nicht stellen, weil da. Oh. Ich habe eine Lade. Okay. Okay. Ah, wie komme ich bei den? Oh, oh, oh. Also, da hin. Okay, wir sind gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. So, und jetzt auch runter. Okay. Das wird jetzt schon komplizierter. Ah, da. Jetzt müssen wir uns hochquetschen lassen. Oh, 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 oh. Oh, nicht ganz rein. Oh. Haha, das läuft doch. Oder was sagt ihr Leute? Dich läuft. Okay. So, ich habe schon gemerkt, dass ich gerade nach oben nicht. So, jetzt sind wir da. Ah, das war eine Falle, da geht es nicht weiter. Ah, ja. So, irgendwo hier muss es weitergehen. Aber nicht ganz einziehen. Oh. Nein. So, ich denke, hier oben sollte es weitergehen. So, ich denke, hier oben sollte es weitergehen. Es ist noch nicht so spät, hier oben geht es weitergehen. Ich bin nicht böse. So. Jo, und ich werde hier mal diesen Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da. Über ein Feedback würde ich mich auch freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Namen hoch da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö